Es fehlt der Schatten. Eine prächtige Allee. Ich will 100 Bäume. Ihr habt 30 Tage. Sonst werden diese Felder mit eurem Blut getränkt. Sie hat die Anna und ihr Kind gerettet. Bringst du die Kinder auf die Welt? Der liebe Gott bringt die Kinder auf die Welt. Ich helfe ihm nur dabei ein bisschen. 100 ausgewachsene Bollen. Das ist nicht möglich. Sellen wir mit Mistgabeln auf die los. Wer für den Kampf ist, erhebt die Hand. Was seid ihr für Feiglinge? Du musst jetzt Leben retten. Du brauchst nur den Mut, mir diesen Auftrag zu holen. Die zwei, die wir ausgegraben hatten, sind weg. Einfach so. 20 Fuhren. Als Dreingabel pflanze ich sie auch gleich ein. Gut. War er es. Gut gemacht. Das besiegeln wir mit einem Kuss. Das besiegeln wir. Du hast deinen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Du hast den Pakt gemacht. Und jetzt sollen wir alle dafür verrecken? Ihr habt es alle gewollt. Alle! Ihr wisst es alle, wer für uns die Bäume eingepflanzt hat. Jetzt will er seinen Hohn. Ein ungetauftes Kind. Aber das wird er nicht bekommen. Ihr wisst es noch nicht.